Herzlich Willkommen im Louis-Lay am Kirchplatz in Oberkirch. Ich bin Roberto und meine Frau Natascha ist in der Küche und bereitet gerade leckeres Essen für euch vor. Aufgrund der aktuellen Situation sind wir leider gezwungen, so ein bisschen zu improvisieren. Venite alla nostra cucina, kommt mal mit, da wo wir alles zubereiten in unser kleines Küchenreich. Wir bieten unsere leckere Pasta, unsere leckeren Paninis, leckere Salate für euch zu Hause an. So und hier ist die fertige Pasta, lassen Sie es sich zu Hause schmecken. Im Moment haben wir ja auch ein bisschen Zeit, leider Gottes, aber wir haben leckere Weine, schöne Feinkoßspezialitäten als Geschenk, gerade jetzt vor Ostern. Bleibt gesund, kommt bald wieder zu uns und unterstützt uns. Wir bedanken uns ganz herzlich Roberto und Natascha vom Louis-Lay am Kirchplatz in Oberkirch.